Ich bin ja so ein Typ, ich kann nicht alleine bleiben. Das ist so schwer. Haben Sie ihn geliebt? Nein, geliebt. Das ist schon zweierlei geliebt. Nein, nein, nein. Eigentlich nicht. Offen und ehrlich nicht. Wie soll denn der neue Partner sein? Gepflegt muss er sein. Ich bin auch immer gepflegt, wenn ich wo hingehe. Dann muss ich wenigstens waschen. Und die Hosen wechseln muss er auch alle zweiten Tage. Und die Schuhe müssen geputzt werden. Tut mir leid. Weil meiner, der hat keine Schuhe putzen können. War er sauber wenigstens? Nein, nein. Das war er. Wenn ich da mehr erzähle, ich will ihn nicht ausrichten. Manchmal, wenn er recht müde war, hat er sich nicht geputzt. Er hat gesagt, du kommst sowieso, du stinkst ja. Überhaupt nicht drauf. Der war ja Raketenraut. Der hat die Zigaretten ja gefressen. Wollen Sie gerne verwöhnt werden? Ja. Wäre nicht schlecht. Also man streichert, ja. Wird schon wieder gut. So wie man sich halt gesagt hat. Muss ich ehrlich sagen, mir geht's anders. Wird sicher leid und ich schau mal da rein in die Hütten. Was da abgeht mit den Mädels. Dann ist sicher lustig. Hauptsache, sie hat Duttel und sehr gut und nicht ganz Spaß. Ihren teuren Wodka, mehr ist aber bislang nicht zu wollen. Da sitzt bei uns. Wir haben jetzt einen gerade noch von Frankreich und so. Wir reden dabei noch nicht viel. Aber ich glaube, nach dem ersten Frankreich oder so, wie er es ein bisschen anfühlt, dann geht da schon was. Wir schauen, dass wir die ein bisschen herreizen können. Und dann schauen wir weiter. Was ist das? Ich sag mir die einfach schön. Und dann schauen wir, vielleicht geht da noch einmal was. Das kann nicht sein, oder? So schön bin ich gar nicht, oder? Nein, eh nicht. Aber? Ich hab da momentan den. Und wenn der das sieht, ist er eher böse. Scheiße, bin ich? Schau mich an. Der Fendi gefällt mir am besten. Und er hat gefragt, ob ich einen Freund habe. Und er hat gefragt, dass er besser küsst als ich. Und ich will es aber nicht ausprobieren. So weit geht noch nichts. Aber ich schicke den Menschen auch ein paar Fragen her, oder? Und dann geht es nicht um was. Ich bin überzeugt davon. Und wenn nicht auf dem alkoholischen Weg, so was saftiges kann man hier noch nicht gesehen haben. Jetzt küsst du dich auf, oder? Ach so. Ich küsst du auf den Rat. Ich küsst du auf den Rat. Nein, 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 nein. Ich küsst mich den Arsch noch, Leute. Meine Freunde finden ihn im besten Händ ganz süß. Benji wollte Carina nicht küssen. Ihre Freundin Kathi küsst sie hingegen leidenschaftlich. Nein, sie sind nicht leidenschaftlich. Auf gar keinen Fall. Wie ist euch los? Das ist aber Wahnsinn. Das hört mich schon an, wenn sie sich da ausgreifen und spusen. Ich meine, wir werden schon spitz, aber genau meineterein und ich, weil sie zu nüchtern sind. Ich bin von voll bis falsch. Ach, du bist schon groß, ja groß. Du zeigst dir auch kein Herr, oder? Natürlich. Nee, erstes nicht. Warum redest du mir uns feig? Ich hab gesagt, hörst, ich bring dir beide immer gescheit küsst. Nein, nein, ich hab da mit wem was, ich hab da mit wem was. Nein, das ist scheiße, Leute. Es ist wurscht, die Mädels sind mir jetzt wurscht. Die haben jetzt auch ein paar Trankring eingeladen. Wurscht, scheiße auf die Mädels. Ich bin vergeben. Aber du bist echt so fest. Das ist schwer. Warte mal, du mehr. Ich zeig was. So hast du meine Freunde gesehen? Die schaut sich schon den ganzen Abend an, die haben die ganze Zeit schon zu viel. Wenn ich das jetzt mach, dann fragt sich meine Freundin, warum ich das? So, das war's. Ich bin fickt, ich bin fickt jetzt. Komm. Ja, also eines aus meiner Schoßkette, das stimmt schon, ja. Und wie auch gesagt, also wir haben immer noch austauscht und schauen wir mal, ob das geht. Auch Benji nimmt noch einen Anlauf bei Carina. Wenn sie heute noch nicht will, vielleicht will sie ihn ja dann morgen. Carina. Es steht Carina, das reicht. Dann merke ich's mal. Aber eigentlich war's mir wurscht. Ich kenne mich gut. Das ist überhaupt nichts wert. So tue ich jetzt Frau bis hesslich. Böse, dass Benji zum Aufbruch bläst. Ja, es hat alles passt eigentlich und die Mädels waren auch recht gut. Auch Robert Nissel macht sich heute auf, um nach Ungarn zu dem Treffen zu reisen. M7. Geheimangriff, Geheimwaffe. Dieses Parfum? Ja, das ist ja momentan ein Geheimwaffe. Momentan gehen alle Frauen auf das. Warum? Wie riecht es? Ich weiß es nicht. Das riecht sehr gut und langhaltig. Wie riecht es? Das ist M7. Ihr Riecht gut. Ich merke es immer bei den Küsse deswegen, weil ich war immer bei den Fotos. Ich habe ja tausende Fotos jetzt schon über die Glücksbrüche rein gehen. Und mit Lammen, links und rechts, gehen wir Busse und dann sagen, Riecht gut. Dann sage ich, ja, M7. Wird es vielleicht sogar sein, dass Ihnen das reicht, die Nähe und so, dass Sie gar nicht mehr Sexualität so wichtig nehmen? Aber ja, nur haben die Damen vor mir Angst vor der Sexualität, weil ich da so viel Energie mit übertrage. Wie kann man sich das vorstellen? In einem Gefühlsausbruch, in einem Vulkan. Das ist die reinste Liebe. Durch mich fließt irgendwie die Liebe ohne Polarität. Was passiert da beim Sex mit den Frauen? Ja, die Vulkanausbruch. Brechen raus. Gefühlsausbruch. Die Energie geht durch und durch hinein. Orgasmus? Ja, noch schlimmer. Noch Ärger. Die kennen sich dann überhaupt nicht mehr aus. Die wissen nicht, wo sie sind. Das Gefühl kennt man ja. Die Menschen wissen nicht bei meiner Energie, wo die herkommt. Sie ist einfach da. Sie ist da. Wie viele Frauen haben Sie so einen riesen Vulkanorgasmus geschenkt die letzten Monate? Ja, wenige, weil ich schon Angst habe dafür. Das ist ja nicht korrekt, was ich tue. Ich will es ja wirklich mit Liebe haben. Wie haben Sie sich dann verhalten? Na ja, lustig. Lustig, sehr lustig, sehr lustig. Die kennen sich nicht aus. Die wissen nicht, worum es geht. Schreien oder weinen oder lachen? Na ja, sie werden besonders, na ja, besonders nass werden. Und das merkt man dann. Die kennen sich einfach nicht mehr aus. Aber normalerweise wünscht sich ja jede Frau so etwas. Warum bleiben die dann nicht bei Ihnen und sind in der Höhe? Nein, das nicht, weil das Bestimmte sind, die ich mir, die, 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 na ja, das sind Escort-Service-Damen, die ich bestelle und da geht das. Sonst mit einer normalen kann ich das gar nicht mehr machen. Eine normale Frau ist wirklich nur mehr Liebe möglich. Darum vermeide ich eine normale Frau. Und die, auch die Escort-Damen, wird das sowas auch nicht immer erleben? Nein, die erleben das sehr angenehm. Ich mache raus, dann. Aber ich sage es Ihnen auch vorher, dass ich da ein bisschen Energie mit dazu gebe, übertrage, aber unabsichtlich, nicht einmal bewusst. Wenn ich es bewusst machen würde, dann würde es ja noch mehr sein. Das heißt, Sie sagen nachher, so etwas habe ich noch nicht erlebt und Sie brauchen nichts zu zahlen, oder? Na ja, teilweise für Sonderleistungen brauche ich nichts zu zahlen. Das stimmt. Das ist dann der Dank. Aber auch fürs Massieren. Das ist das komplette Package bei mir. Es ist ja nicht nur eines. Sonderleistung heißt? Sonderleistung wie Sonderleistung. Jetzt ist es Jugend. Nein, jetzt ist es nicht mehr. Aber es gibt Sonderleistungen, die die Damen haben. Die gibt es extra. Ja, und auch Stefan Mayrhofer ist schon bei uns. Herzlichen Glückwunsch. Ein Triplerfolg für Sie. Meister, Cup-Sieger und Torschützenkönig. Die schönste... Und Topscorer. Vier Drachen. Ja, Torschützenkönig. Nein, Topscorer auch noch. Was ist Topscorer? Ja, die meisten Tore und Vorlagen. Ach so, und es ist... Okay, Entschuldigung. Das hätte ich dann schon fast unterschlagen. Schwarz drauf, ohne. Sie haben ganz klare Vorstellungen, oder? Das würde jetzt länger dauern, wenn Sie mir die merken. Ja, eben. Machen Sie es im Job genauso. Bisschen durchprobieren. Think big. Bisschen durchprobieren, das möchte ich jetzt nicht gehört haben. Also... Vom Aussen her. Das Wort. Wenn Sie meinen, dass die Lena das super malen wird, dann schauen Sie bitte weg, weil wir den Begriff jetzt einblenden und wieder ausblenden. Lena, sie wirkt gefasst. Ja, schafft sie. Ihr, WSZ, eine Minute, 40 Punkte. Ich halte euch ganz fest die Daumen. Müsst aber gehen, oder? Ja, machen Sie. Also jetzt muss ich mir den Begriff noch einmal anschauen. Das verwirrt mich. Storch. Eistraß. Eistraßenei. Haben Sie das eh gut gelesen? Ja, okay, gut. Wollte nur eine Frage, ne? Was? Ein Hühnchen. Ein Nest. Vogelrest. Schaf. Ein Schaf. Ein Schaf. Ein Honschaf. Zwei Schafe. Zwei Schafe. Schäfe. Schäfe. Ein Schläfer. Ein Schaf. Hä? Ein Schläfer? Ich bin ganz. Ich bin so verwirrt, wirklich. Was war das? Äh? Äh. Wieso? Ein Schafel. Eiskaffee? Komisch jetzt aber auch. Ich habe ein Schafel schnief. Oh, ich habe sie eh noch mal gezeigt. Oh Gott. Das nehme ich mir jetzt mit, weil das hebe ich mir auf. Das hebe ich mir jetzt auf. Nein, wir waren überhaften. Ich bin wirklich los unterwegs. Ich bin ein Eis. 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 Lena, 120 Punkte. Sie konnten sich das leisten. Oh, Lena. Bitte. Wo wollen Sie jetzt weiter tun? Also, Lena. Weiter geht's. Lena. Ja. 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 In der drittgrößten Stadt der Ukraine, in Dnibropetrovsk, heißt es für die liebeshungrigen Österreicher Abschied nehmen. Heute soll es in einer über sechsstündigen Busfahrt in die nächste Stadt gehen, wo weitere alleinstehende Damen warten. Vor der Abreise hat der 52-jährige Gerhard Klein noch eine halbe Flasche Wodka getrunken und für ihn, laut eigener Angabe, die stundenlange Autofahrt erträglicher zu machen. Also, die Herren haben sich insgesamt normal benommen, ein bisschen viel getrunken, das war nicht so gut, aber sie waren dann, Jetmen, haben sich entschuldigt vor den Damen und ich hoffe, sie werden jetzt noch weitere Damen sehen und danach sich entscheiden. Komm her da, Langer. Komm her. Damit machen wir einen Hocker. Das ist ein Pakade. Ja, ich will das auch mal. Cool. Der Bus soll die Österreicher in die 70 Kilometer entfernte Stadt Sapporosche bringen. Aufgrund der teilweise schlechten Straßenverhältnisse zieht sich die Fahrt bis in die Abendstunden. Grund genug für den 28-jährigen Georg Zimmermann, um mit reisegefährten Klein mitzudrinken. So ist das. Und dann? Als der Buschauffeur eine Modern Talking CD abspielt, ist Gerhard Klein nicht mehr zu halten. Der schmale Busgang wird für den 52-Jährigen zur Tanzfläche. Der Gerhard ist so ein leibender Kerl. Gibt es gar nichts. Er sauft mal ein bisschen zu viel. Man kann trinken an Alkohol. Ich trink auch einen Alkohol. Die meisten trinken auch Alkohol. Aber nicht jeden Tag. Einmal in der Woche oder sechs, sieben Tage oder zwei Wochen gar keinen und dann wieder einmal. Oder plötzlich gesoffen hat er schon. Muss ich sagen. Für mich. Dann ist er auflassig geworden. Dann ist er gehängt bei mir hunderttausend Mal in den Autos. Das ist mir auch schon klar warschgegangen. Aber er ist so, vom Dings her, er ist ein intelligenter Mensch, muss ich sagen. Er kennt viele Leute, er hat eine Ahnung, was er sagt und alles. Und ich glaube, er ist ein geradeer Mensch. Er ist wirklich ein geradeer Mensch. In der Ukraine ist der Kleinbus mit den alleinstehenden Österreichern schon über zwei Stunden unterwegs. Vermessungstechniker Gerhard Klein lässt in seiner Feierlaune den Modern Talking Hit immer und immer wieder wiederholen. Da Gerhard Klein und Georg Zimmermann austreten müssen, hält der Bus kurz am Straßenrand. Das Vermittler-Ehepaar Maura ist über den Zustand des 52-jährigen Gerhard Klein schockiert. Ja. Ich mag Gerhard als Mensch und wenn er nicht betrunken ist, er ist ein richtiger Gentleman, aber er darf überhaupt nicht trinken. Weil die Männer, welche sich ansaufen und aufhören wollen, sie brauchen nicht kommen hierher. Weil ukrainische Frauen haben genug Männer, die trinken hier. Und noch dazu, wenn er saubt, genauso wie unsere Anheimische. Das wird niemand wollen. Im neuen Hotel angekommen, legen sich die angeheiterten Reisegefährten Georg Zimmermann und Gerhard Klein sofort nieder, um sich etwas zu erholen. Nur der nüchtern gebliebene Mario Orsulic darf heute noch zwei neue Damen kennenlernen. An deine Fragen während der nächsten vier Wochen. Also, er wird jetzt gleich stehen neben den Stars von Brasilien. Wir haben uns eine Szene ausgesucht vom Konfett-Cup-Spiel Brasilien gegen Italien. Und natürlich ein Tor von Neymar. So, jetzt meine lieben Zuschauer, eine der ganz großen Stärken Neymars, die wir gerade besprochen haben im Studio, nämlich die Standardsituationen. Hier mit dem rechten Fuß gegen Italien, gegen eine Fünf-Mann-Mauer. Das Ganze ist passiert letztes Jahr beim Konfett-Cup in einem Spiel. Wovon kein schlechter Tor, aber man im Tor rechnet. Wie viele andere in dieser Situation aus diesem Winkel? Natürlich mit einem Schuss über die Mauer. Was macht Neymar des Schlitzers? Herr Haudemann, nehmt die Stangen ins Tor-Mann-Eck. Absolut perfekt analysiert, Roman. Der Neymar ist ein super Kicker, schießt, super Freistöße. Aber der Buffon macht den einen oder anderen Fehler, den wir uns jetzt genau anschauen werden. Ich stehe mir mal zum Gianluigi. Man sieht hier ganz genau, er steht zu weit rechts. Er steht hinter der Mauer. Er hat sich eine Fünf-Mann-Mauer gestellt. Da hätten sogar vier gereicht, dass er einfach bessere Sicht am Ball hat. Wenn der Schuss kommt, kann er von dieser Position viel, viel besser reagieren und den Ball runter fangen. Ich weiß, das schaut von da ganz, ganz leicht aus. Aber das Wichtigste beim Freistoß ist das Positionsspiel, um zu warten, die Geduld zu haben, wenn der Schütze schießt. Ja gut, der Helga hat es natürlich leicht gehabt, der hat schon gewusst, wo in der Neymarsch ist. Er ist schon dort gestanden. Wir sind im Meerwiff gestanden, haben beobachtet, dass sich irgendetwas Verdächtiges macht. Dann ist ein Mann aus ausländischer Abstammung bis zu uns hergekommen und da hat uns etwas zum Augenangeboten. Danke schön.